hallo hallo es gibt eine kleine neue bastelei heute wir haben keine ahnung den 13. ist das heute mittwoch ich bin ganz aus der zeit gefallen gestern habe ich hier einiges aufgeräumt ich hatte bilder oder vorgestern auch schon hatte bilder im blog gestellt zeigt ein paar neue kleine kästchen gestaltet beziehungsweise die hatte ich teilweise schon habe die dann angemalt ein bisschen decoupage ein bisschen gestänzelt ein bisschen mit metall mit goldfinger und so weiter ich sage noch mal eben kurz prost auf unser aller wohl mit tee gestern habe ich die erste happiness verarbeitet beziehungsweise zerrissen um ich sagte es glaube ich schon mal ich sammle nicht jetzt ich setze die brille mal ab ich sage mir jetzt nicht noch zeitschriften wenn ich die gelesen habe dann in der regel kommen die dann nach einer weile weg ich suche jetzt nur mal das sind alles sachen die ich gestern aus dieser ein zeitung heraus gerissen habe das nicht das ist ein altes pein von einem anderen buch wir suchen jetzt hier so was ich sag es gleich warum auch ich so viel so viel kann ich gar nicht verarbeiten wie ich hier finde sehe ich gerade okay ich lege das auf die seite das leckere ich mal ganz schnell durch ob ich da irgendwas von verwenden kann nein oh ne die möchte ich mir oder vielleicht mal gleich ja das möchte ich gerne nehmen das die möchte ich gerne aufheben und ach das ich halte das mal rein wenn sich jemand dafür interessiert dann kann er sich ja gerade mal durchlesen mal auf stopp machen und durchlesen hat mir ganz gut gefallen habe ich auch aus der happiness hebe ich mir gerade mal auf ich hatte ach so ja ich gucke gerade noch mal eben diese bilder durch die ischmer das ist natürlich auch sehr schön hier alles ist alles sehr schön einmal gucken was ist hier auf der rückseite das wäre noch eine möglichkeit okay wir wollen mal schauen das lege ich man muss sich anders machen muss ich so und so und das rutsche ich etwas rüber dass wir hier platz kriegen das sind alles so blau grüne geschichten und zwar ist mein mein ausgangspunkt heute abend stille das wort habe ich habe wie gesagt alles was ich jetzt hier verarbeiten möchte war in der happiness von ach das ist eine alte gewesen das ist ich glaube von 17 eine gewesen die neueren habe ich noch nicht angefangen ich habe noch drei vier neuere fünf neuere und zwar dieses wort das möchte ich verarbeiten abend stille und dann natürlich mit diesem so dann wollen wir einmal schauen ach ist das schön oder ist das schön ja ich brauche auf jeden fall den kleinen rula ich habe alles ein bisschen neu geordnet das muss man jetzt natürlich alles erst wieder verinnerlichen wo sind alle sachen ähm ach guck hier ja dann wollte ich noch was anderes erzählen ich hatte vor einiger zeit ich kann es nicht mehr sagen aber das letzte wird wohl letzte woche gewesen sein in der zeitung gelesen dass ich hier mhm anwohner ähm ich muss mal eben aufpassen dass ich jetzt nicht alles so so krumm und schief habe g ok ok dass sich anwohner beschwert haben weil in reda widenbrück und ich denke auch zu recht weil die bundesbahn auf einem leeren also aus einem stillgelegten gleis das ordentlich was gespritzt hat und derjenige der mann der das gemacht hat der arbeitsmann ich weiß jetzt nicht wie der titel genau ist aber ihr wisst was ich meine hat sich also schutzanzug angezogen atemmaske schweres gerät und ist dann losgeschoben und hat dann gespritzt 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 an diese stillgelegte bahntrasse schließen sich allerdings auch ähm gärten an und direkt daran an und das ist natürlich weniger prickelnd wenn man da jetzt wohnt und ähm wohnt jetzt und dann fließt durch die luft fliegt dann das ganze zeug in den garten und viele haben ja da auch ein bisschen Obst und Gemüse und was weiß ich und das kann man dann ja im Grunde alles knicken weil man es nicht mehr essen kann und die vermuteten jetzt diese menschen die sich da beschwerten dass das vielleicht ähm sehr wahrscheinlich wohl round up gewesen ist dieses glyphosat soweit ich weiß hat die Bahn bis heute das weder bestritten noch bestätigt noch irgendwas auch auf anfrage nicht aber was man weiß dass dieses glyphosat ich meine wir wissen ja alle was da los ist gell wir wissen es ja eigentlich alle und zwar ist die Bahn ich weiß nicht ob ihr das auch wusstet der größte Einzelkunde in Deutschland von diesem Giftzeug ja interessant ne und ich will euch auch gerne die Zahl mal nennen damit wir mal wissen in welchen Dimensionen in welchen Dimensionen ich beziehe mich auf die Informationen die ich aus der Tageszeitung habe hier und aus Facebook Einträgen aus Gruppen und die Zahl habe ich nochmal nachgeguckt also anscheinend scheint sie zu stimmen 65 Tonnen im Jahr versprüht die Bahn auf ihren Gleisen im Bundesgebiet ja ich weiß nicht bin ich dann der Einzige der das viel findet oder wie soll ich sagen ich glaube das ist so schön das lasse ich so wie es ist gell das ist so wunderschön da könnte ich natürlich Abendstille hier so soll ich das teilen ich warte nochmal ja ist erschreckend finde ich ne findet ihr wahrscheinlich jetzt auch oder interessiert ihr euch gar nicht für die Umwelt kann ja auch sein es gibt ja auch genug Leute die sagen ja es ist wie es ist da kann man ja nichts machen ja ich finde es schon sehr sehr erschreckend muss ich ganz ehrlich sagen wenn ich diese Zahlen höre und dadurch wird alles andere was an Bestrebungen ist um die Insekten zu schützen um die Pflanzen und Tierwelt zu schützen auf irgendeine Art hat Absurdum geführt denn es wird ja überall werden ja ich weiß ihr werdet das ja alles wissen gibt es jetzt Blühstreifen die brauche ich nicht und man versucht alles mögliche und gerade hier im Raum von im Kreis Gütersloh gibt es sehr sehr große Flächen die für Insekten ausschließlich genutzt wurden und werden in diesem Jahr wo sich soweit ich es sogar weiß per Crowdfunding Leute gefunden haben die die Flächen ja finanzieren und da finde ich das alles sehr sehr erschreckend in dem Zusammenhang jetzt zu lesen naja das sind dann halt ja das sind dann halt mal 65 Tonnen die da auf die Gleise geballert werden weiß ich nicht bin ich der Einzige dem das Angst macht und ich meine in dem Zusammenhang wundert mich auch noch eins dass ich irgendwann vor nicht langer Zeit lesen musste dass jetzt die Bundesregierung Studien den Auftrag geben will oder vielleicht Plan zu geben ich will mich ja nicht festlegen weil das ist das ganze ist so lächerlich dass ich um mal zu erfahren dann ich muss eben mal einen richtigen einmal krach machen sorry muss mal einen richtigen Ruler suchen Ruler 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 wo bist du du kleiner Ruler komm du zu mir welchen hatte ich denn immer den hatte ich den und Studien in Auftrag gegeben haben oder geben wollen sowas in dieser Richtung um zu gründen ob es vielleicht ein Insektensterben gibt ja ist das toll oder wie ist das klasse ich kann euch das ohne Studien beantworten ja es gibt doch kaum noch Insekten liebe Leute wir haben hier zum Beispiel eine große blühende Baudela dieses haben wir extra wieder hingesetzt die ist auch inzwischen sehr sehr schön blüht wunderbar früher auf unserer Baudela die uns leider irgendwann eingegangen ist da haben sich die Schmetterlinge getummelt das könnt ihr euch nicht vorstellen das war wunderbar eine Wolke von Schmetterling es war traumhaft absolut traumhaft war das ja ganz 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 schön wir hatten zum Beispiel auf der Seite die jetzt fast verwaldet ist weil die Bäume sich da angesiedelt haben ich muss mal eben so ein bisschen in mich gehen damit ich hier so weiterkomme in den ersten Jahren wenn wir da durchgegangen sind und da blühten dann da war kaum Baumbestand da war kaum Baumbestand auf der Fläche sondern da war vorher eine Art ein Nutzgarten gewesen und war das also mit Blumen und allem möglichen und auch alles mögliche was Insekten und Tiere gebrauchen können ich bin mir noch nicht ganz sicher ich spiele gerade nur mal so rum um zu gucken was wir haben damit wir ähm gucken ob wir das irgendwie nutzen können was wir hier so haben vielleicht können wir es so nutzen das wäre natürlich schön das sähe natürlich nicht schlecht aus oh ich glaube das wird eine Linksseite hm ich glaube schon ähm und wenn ich diese jetzt einfach äh ein Moment ja ihr seht ich ähm hm 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 das wird mir zu hell das passt leider nichts warte mal ich hab hier noch ein Dunkel das habe noch ich habe hier noch ich habe hier noch etwas hm hm das könnte man nehmen könnte man nehmen wäre okay aber für mich noch nicht ganz okay ich überlege wirklich ob ich das mit diesem mache ja ich glaube ich mache es hm hm ja ich glaube ich mache es so und ich glaube ich mache es dann einfach hm ich mache es dann einfach warte mal ich guck mal wie das aussieht Moment 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 ja und dann brauchen wir gleich nur kleben ja jetzt jetzt haben wir es wieder ich habe es wieder geschafft ich bin ähm brauche ich das noch nicht brauche ich es nicht mehr brauche es nicht mehr ich glaube die kann ich auch schon auf die Seite legen und die anderen Sachen brauche ich auch schon nicht mehr guck da haben wir schon mal diese ganzen Sachen in der Vorauswahl gehabt die können wir schon auf die Seite legen wunderbar wunderbar ja ich glaube ich gefällt mir so ich mache es 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 ja warte 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 ich brauche einen kleinen Stift dazu ich mache mir eine kurze Markierung hier dran das wäre natürlich schön wenn wir das gar nicht hätten oder das rot ach das schaffen ach das schaffen wir vielleicht 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 ja ich weiß was ich erzählen wollte ich war bei den bei unserem Grundstück mit den Insekten genau da war ich guck siehste ich bin wieder abgeschwift und ich schluss euch wenn wir da durchgegangen sind in den ersten Jahren da schoben die 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 Schmetterlinge um uns herum in Wolken wirklich ich übertreibe das nicht das ihr müsst es mir nicht glauben aber es es ist wirklich es ist wirklich so gewesen es war fantastisch ja es war einfach toll und wir haben uns da sehr sehr drüber gefreut so viel so viel Viehzeug hier zu haben und wir hatten zwei Sorten Federmäuse im Dach und all solche Sachen ne alle sowas ne ich muss gerade mal irgendwie denken dass ich es mh der muss zuerst rein ne der muss zuerst rein ja wir hatten auch eine mh zwei Sorten wie gesagt zwei Arten zwei Größen und eine war eine kleine Zwerg eine kleine Mini Zwergfledermaus und die soll es haupt ach Moment habe ich es jetzt doch 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 war richtig die soll es eigentlich nur noch hier gegeben haben in unserer Region hier in dieser Ecke diese kleine also ob sie weltweit nicht woanders gegeben hat aber sie war schon relativ selten und wir hatten sogar hier ähm wir hatten sogar hier Besuch von Fachleuten und Natur irgendwas Fachleuten und Landschaftsbehörde und weiß der Teufel wir hatten mehr Fachleute hier am Anfang die sich diese Fledermause angeschaut haben denn die haben bei uns im Dachstuhl gewohnt ja ach warte mal das machen wir doch nochmal etwas anders das können wir noch abschneiden ne das schneide ich gleich das schneide ich gleich das ist kein Problem ja also es war schon etwas ausgefallener ne es war schon schön und es es lebten Scharen von Singvögeln speziell Spatzen hier bei uns die auch ganz viele auf den wir haben einen wirklich riesengroßen Dachboden der vollkommen brach liegt der die Tiere werden da nie gestört von uns wir gehen da überhaupt nie drauf dieses uns verbrauchen die Flächen ja nicht und insofern war das wirklich ein Paradies für Tiere da oben und ich muss das mal eben bekälen ich sag euch wie es heute ist deswegen brauche ich keine Studien versteht ihr ich brauche keine Studien ich brauche nur aus der Tür gehen ja meine Augen aufmachen und dann bin ich schon ganz traurig weil ich sehe keine Insekten die Baudelaire steht seit Wochen in vollster Blüte wenn da mal ein einziger äh ähm Vogel drauf ist dann muss ich schon sagen habe ich das jetzt falsch gemacht wie ach ich bin wieder vom Wahnsinn umjubelt irgendwas habe ich falsch gemacht aber was falsch gemessen ach ach Petra na es ist egal jetzt egal jetzt lass es jetzt lass ich es wie es ist das schneide ich dann gleich bei ich würde es gerne so machen mal eben schauen wie ich das hinkriege hier sooo es wäre schön wenn wir hier so eine Rippelkante hätten ne schwierig zu reißen ne schworisch die grobe Rippelkante kriege ich nicht hin oder das wäre natürlich am allerschönsten ich versuche es mal ja äh zu den Fledermäusen möchte ich sagen die hier in wirklichen Scharen ihr Quartier hatten ja das erzähle ich nicht nur man kann das sogar noch sehen weil wir den Dachboden noch nie sauber gemacht haben in den letzten über 20 Jahren die Hinterlassenschaften wachsen in Türmen hoch also es ist beweisbar die waren da die sind auch nicht mehr da das sind nur noch ganz wenige wenn wir jetzt abends im Dämmern vor die Tür gehen da kann man für Lust sein wenn man mal ein so ein Fledermäuschen ums Haus fliegen sieht oder mal zwei früher sauschten die hier übers Gelände um die Ecken wir konnten nicht so schnell gucken wie überall Fledermäuse rumflitzen es war es war wirklich es war wunderbar und jetzt heute sind wir froh wenn wir mal eine sehen es ist eine Katastrophe was hier stattfindet da brauche ich nichts mehr da brauche ich ja gar nicht mehr irgendwas testen und herausfinden und erforschen ich brauche nur meine verdammten Augen aufmachen und sehen und nicht jedes Jahr neues scheiß Zeug ähm ja tut mir leid anders kann man es ja nicht nennen immer wieder neue Genehmigung in anderen Ländern sind die Sachen verboten und 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 werden geächtet und gemieden nur wir Deutschen wir lassen jedes Jahr wieder neuen Mist zu das ist doch unbegreiflich so was wir haben das Elend doch hier ne es reicht nicht aus dass alles verseucht wird durch die Jülle die wir überall in den Feldern haben ja ist doch wahr das ganze Grundwasser und 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 ja wir haben einen eigenen Grund das Theater kann ich euch wohl gerne erzählen wenn da Oberflächenwasser rein kommt was schon mal der Fall ist wenn irgendwas mal kaputt geht oder so das ist nicht die Regel aber ja dann ist aber Holland die Not kann ich euch sagen das könnt ihr nicht mehr trinken da sterbt ihr dran so verseucht ist das Oberflächenwasser ja und dann kommen die Ämter und bedrohen einen man macht dies und macht das natürlich macht man das man will sich ja nicht umbringen aber es ist doch alles es ist doch alles nicht mehr feierlich was hier stattfindet ich muss es euch ehrlich sagen es ist einfach ja ihr merkt schon ne ich bin so ein kleines bisschen ungenehm das sind so Themen da kann ich nicht in Rage reden ich schwöre es da kann ich ausrasten und dann diese allgemeine Gleichgültigkeit von vielen Leuten das ist einfach so traurig zu erleben dass sie das überhaupt nicht interessiert was hier los ist ne und die Regierung interessiert es offensichtlich auch nicht denn wir erforschen jetzt mal vielleicht was mit diesen Insekten vielleicht sein könnte ja sag mal ticke ich noch frisch was soll der Quatsch es sind kaum noch welche da also ganz ehrlich und da wundert sich jemand dass ich überhaupt an nichts Spaß hab was hier unser Leben angeht hm ich will euch was sagen es gefällt mir schon es gefällt mir schon und ich denke ich werde es so machen ich denke ich werde es so machen ich denke ich werde es so machen ja aber es ist wirklich wenn ihr das hier wir haben das hautnah erlebt in 20 wir wohnen jetzt gerade über 20 Jahre hier und ich kann es euch wirklich versichern das ist dramatisch was hier an Insekten nicht mehr da ist es ist wirklich dramatisch es ist absolut traurig und furchtbar dass wie gesagt Insekten nicht mehr da dann das zieht dann weitere Kreise die Vögel kriegen ihre Brut nicht mehr satt wir füttern draußen im Sommer jetzt auch erstes Jahr sogar diese Vögel draußen ich muss mal eben ein Washi dazu holen das könnt ihr euch nicht vorstellen wir füttern mehr als im Winter die Verhungerter teilweise anscheinend die fressen und fressen und fressen ich sag es ganz offen ehrlich also langfristig auf die Dauer kann man das gar nicht aushalten finanziell das geht richtig ins Geld das sind nicht ein paar mal 50 oder so wir holen hier säckeweise Futter mittlerweile nicht dass wir das den Tieren nicht gönnen wir füttern ja auch im Winter seit immer aber dass wir jetzt im Sommer jetzt sogar schon füttern also das finde ich dann doch schon ach bedenklich und wenn wir dann sehen welche Mengen an Futter hier verbraucht werden und hier abgeholt werden jeden Tag du wir haben noch Meisen hier aber wir haben wenig Buchfinken wir haben wenig Spatzen und die Spatzen die haben hier hunderte haben hier Schwärme von Spatzen flogen ums Haus wenn die Jungen geschlüpft waren das könnt ihr euch nicht vorstellen was hier los war vor 20 Jahren noch und dagegen ist das jetzt wirklich eine Wüste einöde geworden fast schon ich weiß nicht ich habe es ja auch schon ein paar mal gesagt wir haben eigentlich sagen wir mal etwas ein bisschen größeren Garten gegenüber normale sagen wir mal Stadtbevölkerung oder so unser Grundstück ist 10.000 Quadratmeter groß das verwildert da wachst da wachst ganz viel ja Brennnesseln und so ein Zeug wir haben wir bearbeiten das nicht das ist einfach der Natur überlassen und fertig da haben sich unendlich viele Bäume angesiedelt das eine Grundstück wo ich sagte wo früher die Schmetterlinge noch hochflogen ganz am Anfang das hat sich mit Bäumen zugesetzt die sind da einfach so hingekommen wir haben das wir finden das auch okay wir finden das wir finden das gut soll ruhig so werden und sein aus diesem Nutzgarten wurde dann also ein Waldgarten Waldgrundstück würde ich fast sagen hat den Vorteil dass das Haus bei uns sehr beschattet wird weil das stand so kahl auf der Fläche und ähm ja und wir bei uns gibt es keinerlei Gift was irgendwo versprüht wird natürlich nicht selbstverständlich nicht und wir achten wirklich auf vieles und bemühen uns aber wisst ihr natürlich die Rehe leben bei uns sogar ich habe es euch glaube ich schon erzählt wir haben immer ein zwei Rehe bei uns im Gelände wohnen die hier die Deckung suchen und es ist ja ich weiß es nicht also ich weiß es einfach nicht nur mit so einer winzig kleinen Oase wie die haben kann man natürlich nichts reißen wenn alles andere unbegreiflich ist ne ja ich wie gesagt dieses dieses Glyphosat das ist mir ein Rätsel dass das immer noch in diesem Ausmaß ist es geht ja auch anders und man wundert sich wirklich egal ob Tiere darunter leiden egal ob Menschen darunter leiden das müsste doch einfach mal verboten werden oder sehe ich das falsch und nicht jedes Jahr von der von unserer Regierung das ist ja leider Gottes immer wieder erleben werden immer wieder neue hochgiftige Sachen zugelassen die in anderen Ländern schon lange verboten sind ganz ehrlich ich komme mir vor als wenn ich im falschen Film bin das ist doch hier meine Heimat warum wird die denn mit Gewalt zerstört könnte mir das erklären kann mir das überhaupt jemand erklären vielleicht ich verstehe es nicht ja ja das war heute mal passte nicht ich drehe es mal um passte leider warte ich mache es etwas höher dann kann ich vielleicht etwas kippen damit ihr das mit ohne mit ohne Blendung sehen könnt ich weiß nicht ob ich es schaffe Abendstille die Seite gefällt mir eigentlich ganz gut das ist die erste Seite die ich mit der Happiness gestaltet habe die muss ich nun mal eben noch drauf schreiben 13. August heute weiß ich es zufällig muss mir doch mal so ein bisschen besseren Stift anschaffen so ja das war meine Abendstille und das nicht dazu passende Thema war dass ich mich wirklich ärgere über das was hier überall stattfindet und wie wir hier mit allem rumasen und dass wir unsere schöne Umwelt und Natur und unsere Tiere vergiften und zu dumm sind für irgendwas und ich kann mich da wirklich nur drüber ärgern und ich bedauere dass ich da wahrscheinlich der Einzige bin der sich da wirklich richtig drüber ärgert ich glaube ich muss mal gleich erstmal mich eine Runde vor die Tür setzen und meinen Kopf auslüften ich habe mich jetzt wieder so geärgert und wenn ich darüber nachdenke dann könnte ich zu viel kriegen es ist einfach traurig ja da wollte ich ursprünglich heute ganz was anderes erzählen und dann weiß ich auch nicht dann was sich in meinem kleinen Köpfchen da getan hat da seht ihr mal das beschäftigt mich tatsächlich sehr und das ist für mich ist für mich eine schlimme Sache muss ich euch ehrlich sagen eine ganz ganz schlimme Sache und das ist so traurig zu sehen wie alles den Bach runter geht und ich kann nur von Glück sagen und ich bin froh ich bin heilfroh dass ich keine Kinder habe denn ich möchte denen nicht diese Welt hinterlassen die wir haben möchte ich nicht machen nein möchte ich nicht möchte ich einfach nicht ist trostlos das was ich an Kindheit noch erlebt habe durch Wiesen laufen so ein bisschen rumstruppen mein Mann ist ganz auf dem Land groß geworden die haben immer draußen getobt und waren draußen Taghundert wir waren auch immer draußen als Kinder das kennen die doch halt gar nicht mehr sitzen die da in ihrer Bude drin und man muss davon Glück sein wenn sie mal irgendwo einen Hauch von frischer Luft noch kriegen aber es ist doch alles nicht mehr schön naja schöne Aussichten sind das nicht leider Gottes tut mir leid dass jetzt sich so ein bisschen traurig heute geworden ist und ein bisschen auch böse und ärgerlich geworden ist aber ich denke auch sowas muss man mal sagen und über sowas sollte man ruhig mal nachdenken auch wenn man als Einzelner nicht unbedingt viel ändern kann man kann Kleinigkeiten ändern die bei einem selber liegen das kann man tun und wie es so schön heißt irgendwo muss man immer anfangen in diesem Sinne auch wenn ich oft den Mut ganz verliere sage ich für heute tschüss machts gut bis bald